Dieser Regenickel. Ah. Wo sind wir denn jetzt? Naja, gar nicht mal so übel eigentlich. Wir sind am Kino. Ah. Da müssen wir jetzt wieder da runterlaufen, oder? Wollen wir uns wieder oben durchschleichen? Ja, machen wir ja. Finde ich gut. Hast du wenigstens ein bisschen Deckung? Ja, das ist richtig. Ich habe roten Laser an, ja. Okay. Aber hier ist kein Sporen, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich war halt vorne, ne? Vorne, glaube ich, an der Ecke. Von der Straße. Boah, ich hänge hier an den Sitzen, Alter. Ey, was ist denn? Ja, ich hänge auch gerade. Ist so fett, oder was? Ab heute war ich ja kurz erschrocken, wo ich das erste Mal hier rein bin. Mit den komischen Puppen hier. Ja, ja, das machen die mit Absicht. Das ist genau so was passiert. AP. AP brauchen wir nicht. Die lassen alle ihre Getränke hier stehen. Was soll denn das? Hm. Da geht es schon wieder ab. Was soll denn noch ein kleines Scoop? Nö. Ich habe sechs Stück, glaube ich. Da geht es schon runter. Waffenkammer, äh Waffenkiste hast du schon geguckt, ne? Ne, geht nicht auf leider. Achso. Ah, okay. Okay. Hier kommt man auch nicht hin. Fleischbänder, grüße. Wasser. Wasser und Masse, Junge. Gehen wir erst meinen Snickers. Snickers. Okay. Sieht nach guter Munition aus. Ich kenne die nicht. Oh, da unten quakt ein Scaf. Ne, die ist nicht so toll. Neun Millimeter. Nicht gut, ne? Ne. Kannst ja schon PST kaufen. Von daher kannst du die wegschmeißen. Oh, ihr rennt was? Das ist wahrscheinlich unter uns. 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 Oh, Alter. Ich habe hier das ganze Magazin verfeuert. Ich habe mich erschrocken. Oh, keine Bandage mehr mitgenommen. Ich habe hier responding. Oh, eins. Ginsheschen, für jeden fehl. Noem. Beim Angebring. Da wird nicht Ideally in deretah reviert. bist du das ja 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 draußen ist gewesen wie bitte wie schlecht habe ich denn geschossen jungen ganzes magazin auch fast ein ganzes magazin macht ja nichts draus ich bin mal anfassen gut Aber ist doch kein Nuss ohne Ja relativ schön zentral sind es heute Hier sind wir doch Ne, wo sind wir denn rein? War das hier? Ne, ne, wir sind mal anders rein Oder? Kaiser, grüß dich! Ah doch, hier sind wir rein und sind hier Da fliegen die Ohren weg, danke! Danke für deinen Abruf, freue ich mich im 15. Monat! Wahnsinn! Krass! Dankeschön! Vielen Dank! Wie geht's dir, mein, das war? Krisekaiser! Seifebrauen nicht! Ach, Seife, findest du an jeder Ecke! Ja, die Strike brauchst du nicht mehr, gell? Ne, ich hab alles, ich hab alles von den Zigaretten Ich glaube hier ist was drin, oder? Ist da was drin? Ja, es war was drin Ein Spieler sogar, alter! Was kommt davon, wenn man ohne Kopfhörer durch die Pampa rennt? Ich mach mal die Türen zu Ja, aber ich glaube er hat schon direkt aufgegeben Ich geh hoch gucken Ja Schnell klippen Mir geht's gut, nur die Wärme macht einen fertig, ja! Ja, es ist bei uns auch wieder voller Sunshine War heute früh und zwischenzeitlich war es mal ein bisschen bewölkt Dachte ich, hey, geil! Aber jetzt ist auch wieder das volle Programm Soldi Wo steht's? Soldisaurus Weckt Weckt Was haben wir denn? Ach so Wir können ja jetzt theoretisch clean of the street raus, oder? Ja Brauche ich da auch eine Fackel? Nö, nö, das reicht nicht, wenn ich sie zünde Ja Ja, ich bin bereit Aber so, dass es soweit gut geht, das hört man gern Oh, da hat der nicht gecheckt, warum es kommen Naja, gut Ohne Kopfhörer Er hat ja wahrscheinlich gar nichts weiter dabei gehabt, ne? Am Wochenende habe ich mal meinen Gasgrill probiert Wir haben ja von unseren Nachbarn im Garten ein Gasgrill bekommen Geschenk Er hat sich einen Neuen geholt, einen größeren Und meinte, naja, den schmeißt er weg, wenn wir ihn nicht wollen Dann sag ich, naja, nehm ich klapp Und jetzt am Wochenende Gasbrische besucht, ausprobiert, top Schöne Sache Oh, nice Boah Das brauche ich jetzt Hopp Kann ich mal nicht Achso So, gleich geht es los Gleich sind wir draußen Quest abgeben Fertig Wo müssen wir denn da jetzt hin? Die haben ja die Klimawandel geändert, gell? Achso Na warte, dann gucke ich bloß nochmal Ja, die haben sie ja jetzt Vorher war die ja oberhalb Und jetzt ist die ja rechts irgendwie Wir sind jetzt quasi in dem Park, in der Hütte Ja genau, wir müssen jetzt hier quasi geradeaus und dann rechts Achso, warte mal Achso, das haben wir gleich Sieß 2 Euro Oh, das ist, wenn ich das richtig verstehe So, wir wollen das sehen Ey, kann man das Bild denn nicht einfach mal größer machen? Warte mal hier oben, Sea Full Size Image Ah, gut Gott sei Dank Alter Was ist denn das? Ja, hier schießt noch irgendwo was Klima Street Signalzone, okay Gut Du hast recht Das ist jetzt mehr rechts, ja Die Signalzone vorne auf der Straße Und halt aufpassen Hier hat der Lockenwohner vor uns was geschossen Oh, da hinten ist was Die erste große Fresse weißt du ballert auf uns, wie ein Held. Wo denn? Was ist da? Ein Tals auf dem Dach, oder was? Ja, ja. Zwei Tals. Ah, da ist noch ein dritter. Ich sehe ihn nicht mal. Ja, warte. Mit dich. Ja, der fällt nicht um, ja. Ich sehe ihn nicht. Jetzt ist er weg. Oh, geil. Guter Mann. Drei Stück stehen da oben. Alter, leck mich am Arsch. Ja, hier ist das Schild. Hier rechts. Ist jetzt hier schon 7. Flair-R. Ist jetzt hier schon? Ja, hier bin ich hier. Hier vorne. Hier musst du wahrscheinlich jetzt irgendwo die Flärte anzünden, nehme ich an. Weil hier steht bei mir Signal-R-R-R-Protzzeug da. Warte mal, das verstehe ich nicht. Normalerweise kam doch hier Signalflair. Und dann war das hier weiter hinten. Aber wie weit, bevor man erschossen wird? Ich probiere es aus. Ja, ja. Geil. Oh ja, geil. Wir sind raus. Auf dem Dach am Du. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber das waren drei Stück. Ja, ja, das waren drei Stück. Da war so eine kleine Spitze. Genau da drunter war einer und rechts und links davon. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, wo er war. Aua, ich habe eine Fensterscheibe zerschossen. Das ist auch nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal.